Wo sind denn die Trollweihnachtskugeln? Ist schon wieder Weihnachten? Ja, bald! Wo sind denn die? Emil? Hey, Fips, kleiner Hund! Emil, ich schlabber dich von Weitem ab, ja? Corona-Geschlabber! Hey, Fips, du hast ja wieder dein Weihnachtselch geweiht. Ja, genau von meinen Menschen. Bald ist wieder Weihnachten und ich kann jetzt wieder ein bisschen so aussehen wie du. Ja, Weihnachten ist so schön. Aber Emil, weißt du, dieses Jahr ist alles irgendwie ganz anders. Ja, wegen Corona. Ja, genau. Es kommen viel weniger Leute zu Besuch. Ja, hier kommt auch viel weniger Besuch als sonst. Emil, habt ihr eigentlich schon euren Baum geschmückt? Hä? Ja, die Trollweihnachtskugeln! Hugo! 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 Was ist denn los? Was ist denn los? Wir brauchen die Trollweihnachtskugeln. Hä? Hä? Bald ist Weihnachten! Na klar! Äh! Äh! Paulina! Paulina! Was gibt's denn? Wo sind denn die Trollweihnachtskugeln? Ist schon wieder Weihnachten? Ja, bald! Wo sind denn die? Oh, warte! So. Einen hier. So. Einer hier. So. Und. Und, um. Oh, so. Meine treue Weihnachtskugel. Hugo? Hugo? Ich bin fertig! Ich auch. Jetzt kann Weihnachten kommen.